Ich verlasse den eindrucksvollen Dom und besichtige auf meinem Weg zum nächsten Rekord ein bisschen die schöne Innenstadt. Mein Weg führt mich zu einem Gebäude der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, kurz RWTH. Und das ist die einzige Elite-Universität in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt sage ich nur vier Worte. Geschwindigkeit, Motoren, RWTH Aachen, Rekord. Es geht um Rennsport, die Formula Student. Und da ist das Aachener Team das älteste und erfolgreichste Team in Nordrhein-Westfalen. Und das ist der Rennwagen. Sebastian Holpe, wie heißt der genau? Das ist der ERC05, das fünfte Fahrzeug, was das Team Equiax gebaut hat. Ihr habt das komplett selber gebaut? Ja, also wir fangen an bei Null mit einem weißen Blatt Papier und fangen mit der Konstruktion an. Und danach wird jede Zeichnung erstellt für die Fertigung. Danach werden die Teile einzeln gefertigt, zusammengebaut, montiert und getestet. Seid ihr denn alle richtige Formel-1-Fans? Ähm, nee, nicht in dem Maße, glaube ich. Also ich bin jetzt nicht hier im Team, weil mich Rennsport besonders begeistert, sondern weil das Projekt einfach genial ist und weil es total viel Spaß macht, hier so einen Rennwagen auf die Beine zu stellen. Aber ich gucke jetzt nicht jedes Formel-1-Rennen, was es gibt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020